Und ein herzliches Willkommen zurück mal wieder bei Maritainis Aces im Online-Turnier-Modus. Ich bin von Neuer Gameplay als Hobby und wir machen jetzt den vierten Anlauf mitten im Turnier und hoffen, dass wir mal etwas weiterkommen als Runde 3. Ich selbst finde es ein bisschen ärgerlich und ich kann es auch nicht so ganz verstehen, aber wir versuchen es noch einmal. So, Kämpfer Nr. 1. Wen haben wir da? Der Papa mit Buhu. Na dann, gucken wir mal, wie er drauf ist. Es müsste ja, glaube ich, irgendwann auch mal so anfangen, dass man natürlich mit gleich... Man sollte ja eigentlich mal mit gleich starken Anfangen. So. Das heißt, irgendwann müsste ich eigentlich auch mal Probleme haben, selbst hier vom Anfang an. So, das war jetzt aber ein ganz normaler Ball, Papa. Dafür kann ich jetzt nichts. Hat wohl schon zweimal den Boden berührt. So, nun bin ich dran. Oh, ich hätte erst nicht gedacht, dass er den kriegt. Ein phänomenaler Zielschlag. Danke, Tod. So, das ging nochmal wieder schnell. Also Runde 1, kein Problem. Runde 2 eigentlich auch nicht. Das kriege ich auch meistens in dem Turnier noch. Oh, der hat noch 0 Punkte. Okay, das war wirklich ein Anfänger. Entschuldigung, Papa. Aber macht hier nichts draus. Ich komme noch nicht mehr weiter als Gruppe 3. Mit ein bisschen Übung kommst du genauso weit wie ich und dann auch nicht mehr weiter. Mal gucken. Okay. Ja, hat mir trotzdem gefallen, Papa. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und ein Abo, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich einfach sagen, viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.